Wir befinden uns hier gerade in der Sporthalle der Justus-von-Liebig-Schule. Diese soll saniert werden mit den Zuschüssen des Landes Niedersachsen und zwar bekommt der Landkreis Fechter 400.000 Euro Zuschuss für die Sanierung dieser Halle, einschließlich der Umkleiden und Sanitärbereiche. Die Sanierung ist nötig. Wir haben ja eine Halle, die in den Anfang der 70er Jahre gebaut wurde, wo jetzt ein Sanierungsbedarf festgestellt wurde. Die Böden müssen neu, die Decke muss neu, die Prallwände müssen neu und vor allen Dingen auch die Umkleiden und der Sanitärbereich müssen erneuert werden. Dieses wird circa insgesamt 1,5 Millionen betragen. Wir möchten starten in den Osterferien 2020. Das wird Anfang April nächsten Jahres sein.